Ich hätte mich wahrscheinlich schlapp gelacht. Also ich wäre nicht aufgestanden gegangen. Ich glaube, ich wäre, ich hätte mich tot gelacht. Wobei, wenn Biggie meine Freundin gewesen wäre, dann hätte ich mich, dann weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Keine Ahnung, wahrscheinlich mitgeheult oder so, weil eigentlich ist dieser ja eine Tragödie. Also das ist ja schrecklich. Der schönste Tag im Leben einer Frau und dann, äh, dann steht er da. Also das ist schon skurril. Wir mussten jetzt auch beim Drehen immer so ein bisschen uns konzentrieren, dass wir nicht loslachen. Aber ansonsten, die Kirche ist natürlich ein Traum und die Gäste sahen toll aus. So gesehen alles super.